Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir im Gespräch und wir beide im Gespräch miteinander ist Kerim Kakmadze. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Besser als die meisten. Ich habe mich extra informiert. Man hat ja seine türkischen Quellen. Kerim, schön, dass du da bist. Ich danke dir, Gunnar, für die Einladung und für die Fortsetzung unseres Gesprächs, das wir ja mal angefangen haben bei mir im Podcast. Ganz genau. Und dass wir das weiterführen können. Das war, glaube ich, oder nicht glaube ich, es war das mit Abstand meist geklickte, gehörte, geschaute Interview in meinem Podcast. Also unsere Folge hat mehr Aufrufe insgesamt als davor, 63 Folgen zusammen. Ich muss mal dazu sagen, das Thema scheint zu bewegen. Ja, richtig. Es ging ja auch hoch her. Das war, glaube ich, sogar noch vor Weihnachten, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt haben wir schon Ende Februar und würden natürlich gerne miteinander darüber plaudern, was sich so getan hat in der letzten Zeit und wo die Reise hingeht. Das ist, glaube ich, jetzt ganz, ganz wichtig, meines Erachtens, den Leuten auch einen positiven Ausblick zu geben, nicht immer in dieser Ohnmacht zu verweilen zu müssen. Und vielleicht können wir da ja auch so ein paar Ideen miteinander teilen. Aber was bei dir eben, wie ich fand, eben ganz fulminant war bei deinem Video, wo du die Leute wirklich, wo du kein Blatt vor den Mund genommen hast und die Leute auch so ein bisschen angegangen, ein bisschen, das ist jetzt untertrieben, die Leute wirklich angegangen bist und gesagt hast, was ist mit euch los? Ihr Faulen und ihr auf dem Sofa und ihr kümmert euch um nichts, was hier gerade abgeht, dass die Grundrechte eingeschränkt werden und diese ganzen Sachen. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt es bitte unbedingt. Es ist auch, glaube ich, gesperrt worden auf YouTube. Wie war es? Es ist überall gesperrt worden. Auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram. Bei Telegram ist es noch da. Ja, es gibt bei Facebook und Instagram einige Re-Uploads, die noch da sind, erstaunlicherweise. Aber wahrscheinlich, weil die nicht genug Klicks haben, waren die da nicht relevant genug. Ich weiß es nicht. Also bei mir war es relativ schnell gesperrt. Aber bei Telegram ist es noch da. Okay, also vielleicht verlinken wir es einfach, den Telegram-Link unter dieses Video. Auf jeden Fall haben sie einen natürlich schnell am Wickel, wenn man also Explicit Language verwendet. Da können sie sich ja mal schön mit rauswinden oder die Zensur begründen. Ach so, explizit war es gar nicht. Das Einzige, was ich gesagt habe, war Arschloch. Oh, jetzt wird das Video auch noch gesperrt. Das wird man wohl noch sagen dürfen. Ja, oder? Also sie haben es gesperrt, weil ich über das Thema mit den Spritzen gesprochen habe. Ich sage das Wort jetzt nicht, bevor das hier auch wieder... Feuerwehrmänner, glaube ich, meinst du. War das die offizielle Begründung oder ist das deine... Das war die offizielle Begründung von allen Seiten, dass sich medizinische Falschinformationen verbreitet hätte. Obwohl ich gar nicht näher darauf eingegangen bin. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich dagegen bin. Aber das reicht ja heutzutage schon. Ja, das ist auch schon falsch genug. Wie war denn sonst generell die Reaktion auf... Ich meine, das war ein Rant. Du bist da richtig aus dir rausgegangen. Und ich finde es sehr bewundernswert. Ich kann das so nicht, diese Emotionalität. Ich fand es sehr überzeugend. Wie war die Reaktion? Ich finde, du machst das immer besser. Also ich habe letztens noch zu... Ich habe mir gesagt, Gunnar gefällt mir immer besser. Er wird langsam richtig emotional in einigen Videos. Aber es hat ja... Also ich glaube, es hat alles sein Für und Wider. Und wichtig ist, dass man authentisch ist. Und dass man das nicht macht, um ein Ziel zu erreichen, sondern dass du authentisch du selbst bist. Das bist du sehr, sehr gut. Und ich glaube, damit erreichst du viele Menschen. Und das war ich in dem Video auch. Und ich habe zu dem Zeitpunkt längere Zeit mich zurückgehalten mit Statements, weil ich letztes Jahr sehr, sehr viel gemacht habe. Ich war seit April aktiv im Netz. Seit dem 1. Mai habe ich bestimmt auf einem Dutzend Demos gesprochen und an noch mehr teilgenommen. Und da auch viele, das immer aufgenommen und viele der Reden sind auch viral gegangen mit ein paar Millionen Aufrufen. Und dann war das dann vor Weihnachten, wo dann die, oder kurz nach Weihnachten, wo dann die Impferei losging. Und dann da ziemlich viele Geschichten dazu reinkamen, die mich dann einfach echt wütend gemacht haben, was da passiert. Und wie unbedarft viele damit umgehen, vor allem was ihre Eltern oder Großeltern betrifft. Und die hat man ja eh schon ins Heim abgeschoben und sich schon lange nicht mehr wirklich interessiert. Und dann ist das ja jetzt auch egal, was mit denen passiert. Das macht mich wütend. Das macht mich sauer. Es wird eh schon beschissen mit den Alten in unserem Land umgegangen, mit den Kindern genauso. Und Corona ist ja nur ein Spiegel der gesellschaftlichen Themen, die wir sowieso schon haben. Dass sich im Grunde niemand wirklich für Kinder und Senioren interessiert. Also die wenigsten. Und das halt so mitläuft. Und das zeigt sich ja jetzt dann genauso deutlich. Und die Reaktionen waren, ich glaube zu 98 Prozent, war die Reaktion endlich mal einer, der es ausspricht, wie es ist. Und zwei Prozent waren die typische Cancel-Culture. Man darf doch noch nicht, wie kann man denn überhaupt und völlig übertrieben. Aber der Einspruch von diesem Video war nicht, also gefühlt, der Anspruch von diesem Video war nicht, allen zu gefallen. Also das sollte ja provozieren und das sollte triggern und dementsprechend Menschen ein bisschen ins Nachdenken und ins Bewegen bringen. Und sie auch direkt bei der Ehre packen, beim Stolz packen, am Ego angreifen und vielleicht dann doch mal uns handeln bringen. Bevor es soweit ist, dass wir nur mit speziellen Ausweisen noch in Konzerte und Fußballstadien, vielleicht sogar in Supermärkte oder generell den Einzelhandel dürfen. Was sich ja jetzt doch recht deutlich seit fast einem Jahr abzeichnet. Und selbst unsere Kanzlerin das ja schon live im Primetime-Fernsehen, ich weiß gar nicht, ob es live war, aber sie hat zur Primetime im Fernsehen gesagt, dass dann diejenigen, die das Angebot nicht annehmen, dann auch damit leben müssten, dass sie vielleicht das eine oder andere nicht mehr dürfen. Ja, warum sind die auch so unsolidarisch? Und nehmen dieses Angebot, das sie nicht ablehnen können, einfach nicht an. Aber was deine Herangehensweise angeht, finde ich das auch sehr gut, die Leute bei der Ehre packen zu wollen. Glaube ich, ist auch wirklich statthaft. Man versucht ja vieles und ich glaube, es ist auch gut von verschiedenen Seiten auch versuchen zu bewegen. Über die Rationalität, über die Argumente und dann auch über die Emotionalität. Und da geht es auch über Wut, da geht es auch tatsächlich über Angst, also ohne, dass es eine Angstmache ist. Aber man muss natürlich auch bestimmte Sorgen, die man hat, ja äußern und auch die Sorgen von anderen aufnehmen. Und sagen, ja, wenn das passiert, könnte es sein, dass wir hier morgen eben unsere Grundrechte abhängig machen von unserem Impfstatus und weiteren Dingen. Und, ja, aber auch etwas, das sind ja so sehr basale Gefühle, die sich dann, man ist wütend, man ist ängstlich oder man fühlt sich an der Ehre gepackt. Aber vielleicht gibt es auch positive Gefühle, die man bei den Leuten entwickeln oder ansprechen könnte. Gerade was so die Zukunft angeht, wenn du sie motivieren willst, nicht mit dem Druck, sonst passiert etwas Schlimmes oder sonst bist du ein schlechter Mensch. Sondern, guck mal, wenn wir das jetzt machen, dann könnten wir wirklich was Tolles schaffen. Hast du da irgendwie eine Idee? Ja, grundsätzlich versuche ich das in meiner Kommunikation nach außen immer lösungsorientiert zu kommunizieren. Das ist mein größter Kritikpunkt an den meisten Maßnahmen, Kritikern und Kritikern, dass sie am Ende genauso viel Angst machen wie die Mainstream-Medien oder die Politik, nur in die andere Richtung Angst machen. Und das Lösungsangebot mir oftmals fehlt. Und in dem Video war es jetzt, ich habe mich einfach mal ausgekotzt, glaube ich, aber auch immer mit der klaren Handlungsaufforderung, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, die positiven Gefühle, die dahinter stecken, ist das Schutzbedürfnis unserer Alten, unserer Kinder. Und dass wir die Verantwortung tragen, also gerade für unsere Kinder, die nicht für sich selbst entscheiden können und dürfen. Und unsere Alten, die es auch nicht mehr können in größtenteilen und auch tatsächlich teilweise natürlich nicht mehr dürfen, wenn es dann irgendwelche Vormundschaften gibt oder so. Und letzten Endes ist, glaube ich, da das Lösungsorientierte wichtig. Und meiner Herangehensweise ist weniger Zahlen, Daten, Fakten lastig, wie man das halt ganz, ganz oft sieht, weil wir Menschen sind keine Zahlen, Daten, Fakten Tiere. Wir sind emotionale Wesen und wir treffen jede rational begründete Entscheidung immer erst emotional und begründen sie uns danach rational. Das heißt, unsere Gefühle steuern unser Handeln und zwar an jeder Situation. Und in vielen der Bewegungen sehe ich genau diesen Fehler, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, diese Misskommunikation, dass vielleicht auch mangelndes Wissens darum, wie Kommunikation wirklich ankommt, dann versucht wird, Menschen mit Zahlen, Daten und Fakten zu überzeugen. Aber wenn diese Menschen eine emotional vorgefertigte Meinung haben, die ja durch die Politik und durch die Mainstream-Medien sehr krass mit sehr dunkler Rhetorik geprägt wird, weil dann immer Einzelschicksale genommen werden, auf die wird der Fokus gelegt, die werden extrem emotionalisiert wie, Achtung, Triggerwort, Bergamo. Du hast sofort Bilder und Emotionen dazu im Kopf und das ist halt diese dunkle Rhetorik, die von Seiten der Politik und Medien genutzt wird, um Menschen zu manipulieren und emotional zu beeinflussen und damit für deren Interpretation von Fakten, nenne ich es jetzt mal liebevoll, zu öffnen. Und das bleibt dann hängen. Von der anderen Seite versuchen wir dann ganz brav und lieb und seriös, einfach nur mit Fakten zu überzeugen, prallen aber ab, weil wir vorher die emotionale Tür zum Herzen, aber auch zum Kopf der Menschen nicht aufmachen. Das ist ganz einfache Biologie. Das ist nicht mehr Psychologie, das ist Biologie, weil unser Neokortex und unser limbisches System im Gehirn einfach so funktionieren. Das limbische System ist das Zentrum in unserem Gehirn. Das kennt nur Emotionen, das kennt keine Zahlen, Daten und Fakten. Das ist unser urzeitlichstes Gehirn und dann der Neokortex ist das äußere Gehirn. Das modernere Gehirn, das dann Zahlen, Daten, Fakten und Sprache versteht. Nur damit der Neokortex eben diese Zahlen, Daten, Fakten und Sprache versteht, darf halt das limbische System, ich sage es immer, das muss Feuer auf Alarmstellung sein. Das muss rot blinken und Sirene laufen. Und dann weiß der Neokortex, ah, neue Zahlen, Daten, Fakten, die ich emotional einordnen und bewerten darf, um dann den Gehirnbesitzer auch zum Gehirnbenutzer zu machen und ihn ins Handeln zu bringen. Ja, ganz genau. Und die Gegenseite hat natürlich auch alle Mittel der Propaganda. Die hat er auch längst durchschaut, dass es eben darauf ankommt. Und meine Frage ist manchmal, ob es nicht auch gut wäre, selber die Mittel der Propaganda zu benutzen. Wie Edward Bernays schreibt, dass Propaganda an sich etwas ganz Neutrales ist. Es kommt halt darauf an, für welche Zwecke man sie einsetzt. Also die ständige Wiederholung, dieses Verbinden auch mit Bildern, mit positiven Worten, das Framing und auch das Ansprechen eben positiver Gefühle, aber auch eben negativer Gefühle. Ich bin nicht ganz deiner Meinung, wenn du sagst, dass die Kritiker die gleiche Angst schüren oder die gleiche Menge von Angst schüren, selbst wenn sie eben keine Maßnahmen, keine Alternativen vorgeben. Erstens halte ich das gar nicht für meine Aufgabe als Bürger, Alternativen zu meiner Grundrechtseinschränkung vorzugeben. Ich fordere, dass man mir das gut begründet. Das ist eure Aufgabe, liebe Politiker, mir Alternativen zu präsentieren oder dem Volk und dann auch da auswählen zu lassen, das zu diskutieren. Und ich bin derjenige, der sagt, Moment, Moment, Moment. Ich bin nicht in der Pflicht, jetzt hier Sachen vorzuschlagen, für die ich auch nicht bezahlt werde, mal davon abgesehen. Aber ihr seid in der Pflicht, eure Grundrechtseinschränkungen zu begründen und auch die besten Alternativen vorzustellen. Oder zumindest zu sagen, also letztendlich zu sagen, warum es keine besseren Alternativen außer diesem krassen Einschnitt in die Grundrechte, dem Lockdown der wissentlichen und wahrscheinlich sogar auch willentlichen, aber zumindest wissentlichen Zerstörung von Existenzen, von wirtschaftlichen Existenzen und eben auch von tatsächlichen Existenzen, Depressionen, die Kinderpsychiatrien, die überlaufen und eben die Selbstmorde. Und da denke ich, wenn man darauf hinweist, dann ist das ja, natürlich spricht man damit an, Moment, das ist etwas Negatives und wir sollten da nicht hinkommen. Aber Angstmache, um mal dieses Wort zu benutzen, finde ich es eher wirklich, wenn es jeden Tag in den Medien kommt, immer wieder, immer wieder rauf und runter dieselbe Litanei mit den Bildern gearbeitet und zwar in dieser Extensität. Diese Dimensionen sind ja gar nicht vergleichbar. Das jetzt, was jemand sagt so, hey, Moment, passen wir mal auf, dass wir vielleicht nicht in eine Technokratie abrutschen, ist ja nicht mehr vergleichbar von den Dimensionen mit dem, was jeden Tag auf allen Sendern seit über einem Jahr jetzt hier uns präsentiert wird. Da bin ich total bei dir, vielleicht präzisiere ich das nochmal, dass gerade wenn es so um das Thema Great Reset und was der Plan ist, der dahinterstehen könnte, der verfolgt wird, geht, dass das, was kommuniziert wird, oftmals sehr alternativlos klingt, so nach dem Motto, das kommt jetzt eh und wir können ja eh kaum was dagegen tun. Und dass dann sehr dystopische Bilder gemalt werden und Pläne aufgezeigt werden und die Alternative, es zu verhindern, oftmals fehlt. Und ich glaube tatsächlich, dass du da recht hast, was das Thema angeht, die Propaganda eben auch zum Guten zu nutzen. Das ist wie Manipulation, ist, wenn ich im Duden nachschaue, weder negativ noch positiv konnotiert, sondern es bedeutet eins zu eins beeinflussen. Und ob ich jetzt zum Guten oder zum Schlechten andere Menschen beeinflusse, liegt daran, wie ich es nutze und was meine Absicht ist. Und eine Propaganda ist ja nichts anderes als Manipulation derer, die sie konsumieren oder konsumieren müssen oder aufgezwängt bekommen am Ende. Und das ist das, was ich meinte mit, dass die Guten aus unserer Sicht, die Kritiker, immer an den Zahlen, Daten, Fakten hängen und sich eben die Macht der Emotionen nicht so zunutze machen, wie es die Medien, wie es die Politik tun. Wenn ein Markus Söder sagt, dass Kinder eine Gefahr sind und Oma und Opa umbringen könnten, dann ist das ja hochemotional und hochmanipulativ. Und ich habe das vorgeworfen bekommen, dass meine Videos ja manipulativ werden und genau das Gleiche täten wie die Mainstream-Medien. Aber das mache ich bewusst und nutze eben dieses Werkzeug der Emotion. Das ist halt das, was ich in meinem Beruf als Vortragsredner, als Trainer, ich glaube, auch ganz gut beherrsche, nämlich Kommunikation emotional zu machen, um damit Menschen ins Handeln zu bringen und in die Veränderung zu bringen. Und dementsprechend das zu kommunizieren. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, das, was du gesagt hast. Und wir haben da witzigerweise am Wochenende intensiv drüber gesprochen mit dem einen oder anderen recht bekannten Anwalt, der Anwälte für Aufklärung, die man ja auch so kennt, und hatten genau dieses Thema, dass von den Mainstream-Medien ja irgendwie jeden Tag eine Botschaft rausgehauen wird, aber auf allen Kanälen in einfacher Sprache, hochemotional man damit zugetaktet wird. Und von der anderen Seite, von Seiten der Kritiker immer versucht wird, mit allen Fakten auf einmal ganz seriös zu überzeugen, anstatt, ich glaube, wenn all die Kanäle und all die Kritiker mit viel Reichweite, wenn wir uns zusammentäten und uns entschieden, wir fokussieren uns jeden Tag auf eine Information, auf eine Botschaft und hauen die genauso auf allen Kanälen raus und verknüpfen die emotional, dass diese Botschaft mehr Menschen ins Nachdenken brächte. Das wäre eine wirklich ganz gute Strategie, mal wirklich eine Alternative dazu. Ich gebe dir total recht, dass es zu sehr zerfranst, zu sehr auf der Kopfebene auch ist und dann man aber vorgeworfen bekommt, dass man eben ja unsachlich sei, also das ist dieses Populismusvorwurf und das seien alles Wissenschaftsleugner, dabei glaube ich eher, dass dort viel genauer geguckt wird und mal auch andere Studien hinzugezogen werden, aber das kennen wir ja, das ist auch so eine lustige, aber eigentlich eine tragische Umkehrung der Verhältnisse. Wie ist das bei diesem Treffen gewesen? Das würde mich sehr interessieren, auch eben gerade so eine Besprechung von Strategien, Kommunikationsstrategien, was ist dabei rausgekommen? Es war eher zufällig, weil ich mein Seminar am Wochenende in einem Hotel hatte, wo der eine oder andere zu treffen war. Möglich, dass sie sich da auch getroffen haben, ich möchte gar nicht so ins Detail gehen. und dann kam so am Abend eins zum anderen und dann hat man sich ausgetauscht, was kann man besser machen, was kann man verändern und wo ist die größte Herausforderung? Die sehe ich eben genau an den Besprochenen. Die sehr gleichgeschaltete, hoch emotionale, aufs Einfache runtergebrochene Botschaft, die jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf der Massenmedien treibt, ohne auch nur irgendeine Studiestatistik oder irgendetwas wirklich Fundiertes zugrunde zu legen. Und auf der anderen Seite hat man irgendwie 30 fundierte Studien, die belegen, allen voran der angesehenste Virologe der Welt, Johannidis, der die Studie vorgelegt hat und belegt, Lockdowns bringen nichts. Und auf der anderen Seite legt die Bundesregierung nicht eine einzige Studie vor, die belegt, dass sie irgendetwas bringt. Und da wird dann immer Korrelation zu Kausalität gemacht in der Argumentation in den Mainstream-Medien. Und das auch immer nur auszugsweise auf kurze Zeiträume, in denen die Korrelation zur Kausalität, die man begründen will, passt. Wenn man auf größere Zeiträume oder Verhältnismäßigkeiten guckt, dann passt das meistens überhaupt nicht mehr zusammen. Das wird aber nicht gefaktencheckt. Gefaktencheckt oder, wie man auch sagen könnte, zensiert wird ja nur alles das, was gegen diese Meinung läuft. Und ich glaube, dass die Freiheitsbewegung, die gerne die Grundrechte wiederherstellen möchte und die Kinder und Alten und generell die Menschen schützen möchte vor dem, was gerade passiert, sich viel kraftvollerer Rhetorik, viel emotionalerer Methoden und viel mehr Kooperation und gleichgeschalteterer unterhalteterer Kommunikation bedienen dürfte und sollte, um mehr Menschen zu erreichen. Und dann erreicht man, glaube ich, zum einen die, die es ohnehin schon kritisch sehen, aber aufgrund Angst von sozialer Ausgrenzung den Mund nicht aufmachen und nicht auf die Straße gehen, auch nicht mit Freunden, Verwandten oder Arbeitskollegen darüber sprechen, weil dieser Druck ja latent ist, der da aufgebaut wird, dass Menschen sozial ausgegrenzt werden, was die größte Urangst ist, die wir Menschen haben, weil soziale Ausgrenzung immer mit dem Tod verbunden war, wenn man zurückguckt zu Zeiten, wo wir noch in Höhlen gelebt haben und auch heute schon Isolation auf Dauer natürlich schädlich bis tödlich wirkt. Darum haben Menschen da Angst vor, mehr als es heutzutage notwendig wäre in unserer modernen Gesellschaft, aber diese Prägung im Hirn ist ja da. Und auf der anderen Seite würden wir mit der Art und Weise der Kommunikation auch, glaube ich, die erreichen, die noch total medienkonform sind, weil man endlich mal in der Sprache mit ihnen spricht, aus der sie ja auch ihre bisherige Meinung gezogen haben. Und ich glaube, dass man dadurch tatsächlich in kürzester Zeit sehr, sehr viele Menschen ins Nachdenken bringen könnte. Ja, du hast von diesem Druck gesprochen, der auf denen lastet, die Angst haben vor der Ausgrenzung. Ich glaube, auch auf der anderen Seite ist dieser Druck da oder diese Angst. Was ist, wenn ich mich täusche? Und ich glaube, dass die Seite derjenigen, die ein Jahr lang die Augen verschlossen haben vor den Folgen der Maßnahmen und vor dem, was neben dem, was täglich in unseren Medien gezeigt wird, was dann eben sonst noch abläuft und was durchaus eine sehr bedenkliche Entwicklung ist, die davor die Augen verschlossen haben und das Ganze auch noch befürwortet haben und weiterhin befürworten, unterstützt haben, dass die vielleicht unterbewusst ein bisschen schlechtes Gewissen haben oder sagen konnten, was ist denn, wenn ich mich täusche? Was habe ich denn, in welche wahnsinnige Richtung bin ich hier eigentlich gegangen? Aber ich kann jetzt eigentlich nicht mehr zurück, weil ich habe schon meine Freunde diffamiert oder den einen, den man diffamieren konnte und mit ihnen die Freundschaft abgebrochen und ich habe eben halt das Schlimmste an den Kopf geworfen, dass er irgendwie ein rechtsesoterischer Schwurbler oder eben ein Oma-Mörder sei und was ist, wenn ich das zurücknehmen muss und ich komme da gerade nicht mehr so raus. Ich glaube nicht, dass es so groß bewusst ist, aber dass vielleicht so ein bisschen eine Angst da irgendwo im Hinterkopf schwebt und gleichzeitig ist meine, mein Eindruck gerade, ich bin mir noch nicht sicher, das ist mein Bauchgefühl, dass gerade sehr viel auch an Druck nochmal unterschwellig auch aufkommt, an Bewegung, dass etwas aufbricht, dass immer mehr Artikel auch in Mainstream-Zeitungen sich doch kritisch damit beschäftigen, dass das, was die Impfung zum Beispiel bringt oder nicht bringt, dass das eben ein bisschen breiter jetzt auch in ihren Folgen diskutiert wird und dass auf einmal eben auch die Nebenfolgen dann groß, wie jetzt zum Beispiel von dieser Marlene Lufen da diskutiert wird und die denken, ach ja, stimmt, da könnte man eigentlich auch mal dran denken, nachdem man ein Jahr diejenigen, die davor schon früh gewarnt haben, diffamiert und in die rechte Ecke gestellt hat und dass jetzt vielleicht, hoffentlich ist es nicht nur so ein Scheinfrühling, vielleicht eben sich das erste Tauwetter zeigt und es jetzt genau darauf ankommt, wie man mit denen umgeht, die da so an der Kippe sind und das bisher befürwortet haben oder geschwiegen haben und jetzt eigentlich sagen, ja, ja, nee, also eigentlich, aber ich kann da nicht rüber. Bietet man denen ein Zurück an, sagt man, hier ist die Brücke, ja, wir sind, auch wenn ihr uns beleidigt und tatsächlich bis an die physische Existenz und die Bedrohung der physischen Existenz zum Beispiel uns von unserem Job ausgeschlossen habt oder dass ihr es bewirkt habt, auch wenn ihr das getan habt, aber trotzdem um des lieben Friedens willen, um eine gute und gesunde Gesellschaft ohne Spaltung willen, bin ich bereit, euch zu verzeihen und diesen Weg rüber zu nehmen und zu sagen, ja, auch wir sehen das jetzt alle zusammen kritisch oder ob man sagen sollte, sorry, aber so ein Verhalten darf nicht noch hinterher belohnt werden. Was meinst du? Also, jetzt denjenigen, die zu langsam reagiert haben oder die es bisher regierungskonform gesehen haben, zu sagen, wir wollen euch jetzt nicht mehr in unserer Gesellschaft und wir erlauben euch nicht, eure Meinung zu ändern, das wäre ja absurd und das würde ja am Ende auch niemandem helfen, also das wäre ja genauso ausgrenzend wie die Ausgrenzung, die wir dieser Seite vorwerfen und ist auch nicht meine persönliche Herangehensweise. Ich glaube, ich kann entscheiden, ob ich mit Menschen, die mich irgendwie, du hast es eben schön, ich fand es eine schöne Kombination von Adjektiven rechtsesoterischer Schwurbler, also ich kann mich ja entscheiden, ob ich mit denen nochmal Best Friends werden möchte, aber ich würde sie jetzt nicht per se ausschließen wollen oder sagen, die gehören jetzt alle eingesperrt, was ja auch Unfug ist, aber ich glaube, es darf, ich glaube, die meisten lernen erst über den großen Schmerz und natürlich, wenn die Kritiker ihre Kommunikation verbessern, wenn auch die Demos wieder mehr werden jetzt im Frühling auf den Straßen, dann wird da nochmal mehr Druck aufgebaut, selbst CDU-Chef Armin Laché hat ja mittlerweile offen die Kanzlerin kritisiert, das ist ja schon Groundbreaking gewesen, wie ich finde, was ich da gestern gelesen habe, aber letzten Endes auch das Video von Marlene Lufen, dieser Frühstücksfernsehen- Moderatorin, ging ja viral und war sie bei Stern TV, glaube ich, und noch ein paar anderen Sendungen, aber was hat sich denn geändert jetzt danach wirklich, also jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, seit sie dieses Video gezeigt hat, also alle, die vorher schön die Fresse gehalten haben, haben geklatscht und das Video kommentiert oder vielleicht auch geteilt und gesagt, ja, das ist total wichtig und selbst solche, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, Menschen, ich setze mal Menschen in Anführungszeichen wie Oliver Pocher zum Beispiel, der ja auf jeden eingeprügelt hat, der irgendwie auch nur ansatzweise die Maske unter die Nase gezogen hat, hat dann dieses Video geteilt und geklatscht und gesagt, das ist total wichtig, was ihr da macht, also diejenigen, die vorher die Propagandatreiber waren und hier die Ersten, die öffentlich Covid erkrankt sind, drehen sich da auf einmal, weil sie denken, oh, wenn ich jetzt hier nicht mitklatsche, dann könnte ich noch als Kinder oder Altenhasser dastehen. Ich glaube, den meisten geht es nur um ihr Ego und um ihre Reputation und um ihre Auftragslage, gerade von denen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, die im Fernsehen zu sehen sind, weil da von den Sendeanstalten natürlich sehr viel Druck aufgebaut wird. Und das haben ja auch viele, viele, also mehrere, drei, vier, die im Fernsehen regelmäßig zu sehen sind. Wenn sie immer die Menschen mit den blauen Haken bei Instagram, auch als Reaktion auf meine Videos schon geschrieben, dass sie das genauso sehen, aber wenn sie sich hoffentlich äußerten, sie keinen Job mehr hätten im Fernsehen. Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Unterschwellig ist ja auch deswegen mein Eindruck so, weil man das ja mitbekommt. Das wird einem zugeschickt und die Leute schreiben einem und ich kann das nicht äußern und das in ganz vielen Bereichen auch, zum Beispiel bei Künstlern und bei Schauspielern, bei Lehrern, also was heißt sowieso, aber ich kriege es von Lehrern auch mit, dass da schon viel mehr Kritik ist, als sich an der Oberfläche zeigt. Aber die Frage ist, wie bringen wir das zum Aufbrechen? Ich glaube, gerade dass solche Influencer, ich weiß nicht, ob du den Begriff magst, aber wie wir es vielleicht sind, dass wir diese Bewegung oder diese Kritik und dieses Aufbegehren auch sammeln können und sagen können, pass auf, es geht nicht darum, das ist keine Spinnerei, das ist etwas, was eigentlich in die Mitte der Gesellschaft gehört und es muss halt gesagt werden können und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass nicht immer nur einer aufsteht und jetzt sich vielleicht auch mal dann daneben benimmt oder mal vielleicht auch Sachen äußert, die nicht unbedingt dazu passen oder die vielleicht wirklich spinnert sind, sondern dass wirklich alle diejenigen, die ein berechtigtes Interesse daran haben, das kritisch zu sehen, dass die sich auch eben mit einer Stimme einmal melden und vielleicht kann man das sogar hinbekommen, diese Menschen zu versammeln und so als Sprachrohr dann eben fungieren zu lassen. Ich glaube, ehrlich gesagt, schon, dass man das kann, aber auch da habe ich bei ganz vielen Bewegungen immer wieder Ego-Themen gesehen, dass dann, dann werden Parteien gegründet und werden wieder gespalten, weil man sich nicht einig ist und dann nochmal gespalten und zum dritten Mal gespalten und dann, dann ist die Bewegung nicht gut genug und die sind aber eigentlich ja nur Ablenkung, wird von denen behauptet und ich denke mir immer so, ihr hört doch mal auf, haben wir nicht Wichtigeres zu tun als diejenigen, die irgendwie seit Monaten auf die Straßen gehen und organisieren und sonst irgendwas zu diskreditieren, sondern lass doch einfach mal mit einer Stimme sprechen und vorangehen und ich glaube, das ist das alles Entscheidende, sich da gegenseitig zu supporten und zu unterstützen, das halte ich für extrem wertvoll, weil ich nehme das Beispiel, die Anwälte für Aufklärung, das ist ja eine großartige Vereinigung, mittlerweile mehrere hundert Anwälte, die nach einem meiner Demo-Reden, die recht viral gegangen ist mit ein paar Millionen Klicks irgendwie mich kontaktiert haben, dass wir eben zusammenarbeiten können, mit einer Stimme sprechen können, wie man sich gegenseitig supporten kann, wie wir ausgelotet haben und jetzt hatte ich am Wochenende wieder mein Seminar und ich bin, was Corona-Verordnung angeht, recht firm mittlerweile, ich glaube, im letzten Jahr habe ich bestimmt real 50 Zeitstunden ins Lesen und Verstehen und Recherchieren von Corona-Verordnungen verschwendet oder nennen wir es investiert, das ist ja für die gute Sache, weil ich in vier, fünf, sechs verschiedenen Bundesländern Seminare mache und die Verordnung sich ja alle 14 Tage ändern und dann wie ich mich eben im Rahmen dieser Verordnung, die ich zwar als rechtswidrig empfinde, aber wie ich mich im Rahmen der Verordnung so legal bewegen kann, dass mir niemand auf die Nerven geht und dann hatte ich am Wochenende Seminar und wurde denunziert beim Ordnungsamt in Frankfurt, hat irgendjemand angerufen und gesagt, der macht da eine Spaßveranstaltung, die ist verboten und tun Sie was dagegen, beschützen Sie, beschützen Sie das deutsche Volk, der Kakmaji möchte Spaß verbreiten. Diese Ausländer. Ja, das würde ich mir niemals anmaßen, das als ausländerfeindlich zu bezeichnen, ich glaube, das war es auch nicht, aber das Ordnungsamt rief mich da an und sagte nur, also rief nur an, sagte, wir haben gehört, Sie machen ein Seminar, das darf nicht stattfinden. Ich sage, das ist ja spannend, dass Sie das so sehen, wie kommen Sie denn darauf, dass es das nicht dürfte? Ja, laut Kokibeth. Ich so, laut was? Ja, laut Kokibeth. Was ist das denn? Sagt er, ja, die Corona-Verordnung. Wieso heißt denn die Kokibeth, für was steht denn die Abkürzung? Das ist doch völlig egal, sagte er. Ich so, ach, Sie wissen das gar nicht. Ist doch gut zu wissen. Aber in eben dieser steht, übrigens heißt es Corona-Betriebs- und Beschränkungsverordnung, Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung, so heißt es korrekt. Also im Gegens zum Ordnungsamt weiß ich das. Aber das habe ich ihm dann auch erklärt und ihm auch gesagt, dass wir erlaubt sind laut dieser Verordnung, weil in Hessen die Verordnung zwischen normalen Spaßveranstaltungen, Konzerten, Kabarett und und sonstigen fachvermittelnden Seminaren unterscheidet zu Bildungsveranstaltungen, die sich auf die Weiterentwicklung der Persönlichkeit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen fokussiert. Und das differenziert die hessische Corona-Verordnung sehr eindeutig. Und letzteres ist ausnahmslos und genehmigungsfrei erlaubt. Und das habe ich ihm erklärt und gesagt, dass wir eine Bildungsveranstaltung sind. Wir sind eine Bildungsakademie für Erwachsenenbildung und dass das völlig unfraglich ist, woraufhin er dann irritiert war, sie hektisch diskutiert haben, mich dreimal zurückgerufen haben und noch immer keine Entscheidung treffen konnten und dann in irgendeinem Hinterzimmer, dann irgendwer entschieden hätte, dass meine Veranstaltung eine Spaßveranstaltung ist. Und ich sagte, wer hat das entschieden, aufgrund welcher Grundlage, ohne mit mir zu sprechen, ich hätte das gerne schriftlich. All das wurde abgelehnt, ein Aktenzeichen wurde mir auch nicht gegeben. Es hieß nur, wenn sie das trotzdem machen, kommen wir und lösen die Veranstaltung auf. Dann sagte ich, gut, dann habe ich meine Freunde der Anwälte für Aufklärung angerufen und hatte innerhalb von zwei Minuten einen Kontakt von dem, der der Fachmann dafür ist. Der hat dann eine einstweilige Verfügung geschrieben und eingereicht beim Verwaltungsgericht Frankfurt, Freitagnachmittag um 17 Uhr, hat er noch angerufen, gesagt, ihr bleibt bitte da, da kommt noch was, das müsst ihr heute entscheiden. Und dann hatte ich um 19 Uhr einen Beschluss auf dem Tisch, der ganz klar festgelegt hat, dass Persönlichkeitsentwicklungsseminare Bildungsveranstaltungen sind und eben meine auch dort in einem Hotel stattfinden darf und dass das genehmigungsfrei ist. Und das Schönste ist ja, und so steht es in der Verordnung, dass für Bildungsveranstaltungen die Abstands- und Hygienemaßnahmen Regeln nicht mal gezwungenermaßen verbindlich gelten. Sie sind lediglich eine Empfehlung, diese umzusetzen, soweit möglich. Das fand ich sehr witzig. Das war noch so der Running-Gag dabei. Und das war, also das Urteil fand ich schon, oder das ist kein Urteil, das ist ein Beschluss, aber den fand ich sehr bahnbrechend, weil es das ganz, ganz klar gesagt hat, vor allem was der Richter da reingeschrieben hat und wie er es formuliert hat, weil er hat von meiner Webseite zitiert und die Wichtigkeit der Veranstaltung hervorgehoben, weil der Antragsteller, also ich, das volle Potenzial, das volle Potenzial seiner Teilnehmer zur Entfaltung bringen, will und damit sie verdammt nochmal endlich loslegen können. Dieses verdammt nochmal stand genau so vom Richter geschrieben in dem Beschluss, das fand ich sehr witzig. Also, das, der hatte Bock, der Richter und hat, glaube ich, auch Spaß gehabt, das zu schreiben am Ende und da zeigte sich mir dann wieder, was Kooperation bedeutet, weil Menschen, die ich vor Monaten noch nicht kannte, einfach gesagt haben, wir helfen jetzt und zwar, wir schieben das rein, wir ziehen das vor und natürlich nicht geschenkt, also wenn ich dieses, wenn ich diese einstweilige verloren hätte, hätte ich das, hätte mich das auch eine vierstellige Summe gekostet, das war mein unternehmerisches Risiko, dass ich dafür eingegangen bin, da es ja für mich beschieden wurde, zahlte die Stadt Frankfurt am Main, das finde ich sehr schön und dementsprechend habe ich jetzt auch in der Tasche den legalen Beschluss, dass das alles, dass das alles rechtens ist, so wie wir es vorher auch schon, wie es ja auch in der Verordnung steht, aber das, das verschafft nochmal eine schöne, eine schöne Rechtssicherheit und zeigt mir am Ende, dass Kooperation und miteinander reden und gegenseitig sich helfen mit seinen Stärken ganz, ganz essentiell ist, glaube ich. Total. Ich finde es natürlich sehr schön, dass das so ausgegangen ist und freue mich da auch für dich. Ich finde es ein bisschen schade, selbst wenn man halt weiß, okay, jetzt muss die Gegenseite das bezahlen, aber die bezahlen sie auch von unseren Steuergeldern, das könnte man auch alles besser haben beziehungsweise man könnte eigentlich auch seine Energie mit viel, viel sinnvolleren Dingen da eben. Absolut. Keiner hat Lust, so eine Coco Beff da zu lesen. Aber es zeigt ja aber auch wieder, dass natürlich passiert gerade viel Unrecht, dass aber, wenn man sich dagegen wehrt und auch die Gerichte bemüht, dass diese Gerichte das auch sehen und anerkennen und das machen halt viel zu wenige, die das scheuen und dann halt mitmachen, weil meistens die Gerichte, das, also sie kippen ja andauernd all die Beschlüsse und Ausgangsbeschränkungen und Maskenpflicht in der Fußgängerzone und haste nicht gesehen und das, ja, ich warte noch auf die Eltern, die sich zusammentun und gemeinsam irgendwie mal das Kultusministerium verklagen wegen Maskenpflicht in der Schule und was da die Kinder angetan wird und das passiert einfach nicht. Da wird halt ganz viel Eigenverantwortung abgegeben, anstatt sich mal zu, wir müssen ja arbeiten, wir haben ja zu tun, weil wir so viel Stress haben, während wir in Kurzarbeit zu Hause sitzen und 70 Prozent unseres Einkommens kassieren, ohne was dafür tun zu müssen. Das kann man natürlich nachvollziehen, dass der Gemeinde Deutsche da völlig gestresst ist und keine Zeit hat, sich für seine Grundrechte einzusetzen oder für die Gesundheit seiner eigenen Kinder. Ja, Ironie, Ironie, Ende. Ja, auf YouTube versteht man es ja noch einigermaßen. Was ich, also im Internet ist ja immer ein bisschen schwierig, aber ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es nicht immer so ist, dass wir darum bitten müssen, dass unsere Grundrechte und dass wir auch jetzt klagen müssen gegen so etwas. Wir werden also dauernd beschossen mit allen möglichen Maßnahmen, Verordnungen und werden denunziert und angezeigt und wir müssen dann erst mal den Weg des Gerichts gehen und zu sagen, Moment, das ist nicht grundgerechtskonform und so weiter. Auch das Gleiche bei der Zensur, jetzt zum Beispiel durch YouTube, ja, YouTube löscht diese ganzen Sachen einfach und gibt einem einen Strike und dann geht man vor Gericht und sagt, Moment, Moment, Meinungsfreiheit, gilt hier immer noch, ihr habt marktbeherrschende Stellung und so weiter und es gibt auch diese Entscheidung und es ist ja super, dass die Justiz da auch jetzt wirklich genau diese Aufgabe übernimmt, dann eben vor zu starken Eingriffen in die Freiheit auch zu schützen, aber es hat sich so ein bisschen umgedreht. Erstmal wird alles gemacht, man wird zensiert und nur wenn der Bürger dann auch sich bequemt, aber auch sich informiert, mutig genug ist und die gute Netzwerke hat, die einen da unterstützen und dann vor Gericht gehen kann und dann diesen auch oft langwierigen manchmal Prozess dann durchgehen kann, wird ihm dann sein eigentliches Recht, was ihm aber per se erstmal zusteht, gewährt und da hoffe ich wirklich, dass das nicht so einreißt, dass man sich daran gewöhnt, erst mal, so wie es in der DDR hieß, wenn etwas nicht ist, dann ist es verboten. Richtig. Also bei mir war das übrigens ganz ähnlich jetzt gerade vor ein paar Tagen, als ich über die Grenze gefahren bin. Wir suchen ja in Italien ein schönes Haus und dort wollen wir ein Refugium machen für Leute, die eben mit anderen Menschen gemeinsam Kultur schaffen und Kultur erleben wollen und dort auch in Ruhe und Freiheit eine Insel des Geistes und der Gemeinschaft erleben wollen, eine Insel der der Lebendigkeit eigentlich, die uns jetzt gerade eben so sehr fehlt und wir kamen also von Italien zurück. Wir wurden kein einziges Mal in Italien irgendwie gegängelt, kontrolliert, überwacht oder irgendwie sonst angesprochen. Das soll keine Garantie sein, dass das nicht anderen passieren würde, aber die ganze Zeit sind wir unbehelligt, konnten wir fahren und selbst, was uns dann Italiener sagten, die Italiener untereinander kennen sowas wie Denunziation nicht. Ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber das ist nicht so wie in Deutschland. Das, was passiert ist in Frankfurt oder so, die Italiener mögen das gar nicht, wenn man ihre Nachbarn, was auch Nachteile haben kann, wenn der Nachbar sonntags um sechs den Rasen mäht oder so, wobei ich nicht weiß, ob das nicht mal ein Deutscher machen würde, glaube ich, aber das kann auch Nachteile haben, dann kann man nicht mal eben so das Ordnungsamt holen, weil dann sagen die Leute auch, hast du sonst auch Probleme. Aber eben, man bleibt unbehelligter und wir kommen zurück, eben überqueren die österreichisch-deutsche Grenze und dort ist man dann wirklich, wird man mit diesen ganzen Sachen konfrontiert, gut, zwar auch nach Bayern, Einreise nach Bayern und die Beamten waren zwar sehr nett und letztendlich auch. Sie sind ja noch zu Deutschland offiziell, da haben sie sich schon abgestalten. Ja, macht doch was ihr wollt, vielleicht bleibt doch da unter euch, aber es tut mir auch leid um die ganzen Bayern, die so freiheitlich denken, aber die Beamten taten mir zum Teil auch leid und ich tat mir auch selber leid, weil es einfach so viel Energie und Mühe und Zeit und Kosten sind, die durch das Ganze eben dann ja in die Welt gesetzt werden, die man noch viel besser einsetzen könnte als für solchen Quatsch. Also in meiner Meinung ist es die Ausnahme. Also ich habe es ja selber erlebt in Frankfurt. Wir sind dann, in weiser Voraussicht, haben wir die Event-Location gewechselt, weil das, also bei der alten Location stand dann um Viertel von neun, um zehn und sollte es losgehen, um Viertel von neun, die Polizei und hat uns gesucht. Ich hatte zwei, zwei aus meiner Crew dahin gesetzt, falls noch Seminarteilnehmer sich doch an die alten Location verirrt hätten, dass die die umleiten konnten und hat die Polizei uns gesucht, obwohl sie den Beschluss kannten und dann kam um halb zehn auch nochmal die Stadtpolizei, also das Ordnungsamt Frankfurt, hat uns auch nochmal gesucht und da im Hotel quasi schon gar nicht geglaubt, dass wir nicht da wären, hat dann da Stress gemacht und wollten dann unbedingt uns auf die Nerven gehen, obwohl sie wussten, dass es den Beschluss gab und dass es überhaupt nichts mehr zu kontrollieren gab für sie eigentlich, aber es ging dann einfach nur noch um Unruhestiften und das ist so typisch deutsch, das ist dieser blinde, dieser blinde vorauseilende Gehorsam, der ist wirklich typisch und das sage ich als Deutscher, also ich habe zwar einen türkischen Namen, aber ich spreche kein Wort türkisch, meine Mutter ist Deutsche und ich sage mal, ich bin Viertel Wessi, Viertel Ossi und halber Türke und mein Opa ist gebürtiger Leipziger, der hat noch vor die Mauer gefallen ist und die Grenze offenbar rüber gemacht und dem Osten den Rücken gekehrt. Das ist lustig, mein Opa ist übrigens auch gebürtiger Leipziger, also ich meine Leipzig ist groß, vielleicht sind wir nicht verwandt, aber es ist witzig, welche Verbindungen da doch entstehen. Ja, so schnell, so kleines Deutschland und Kaiser Kakmachi, das ist ja nah beieinander, wer weiß. Du hast meinen Namen übrigens also im richtig türkisch ausgesprochen, Kakmachi, also mit dem eigentlichen I ohne Punkt, ein I, das der Deutsche nicht kennt, darum hat mein Vater schon, als er in Deutschland eingereist, also als er dann irgendwann hier in Deutschland gelebt hat, da ein I draus gemacht, weil ich sage auch selber Kakmachi und nicht Kakmachi, weil das müsste ich immer so viel erklären. Wir haben das auch nicht auf der Tastatur, dieses I ohne Punkt. Richtig, 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 das gibt es nur in der türkischen Tastatur und ja, also ich, nicht, dass irgendwer denkt, wenn ich sage, die Deutschen, der redet über uns Deutsche als Türke oder was auch immer, das soll gar nicht von oben herabklingen, sondern ich sehe mich da selber weit mehr als Deutscher, als Türke, auch trotz meiner türkischen Wurzel natürlich und bin hier aufgewachsen, in Wiesbaden geboren und evangelisch getauft und konfirmiert, also ich kann fast jede Randgruppe dienen. Das ist super. Geil, sogar Ossis, wow, alles mit drin. Ja, aber ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe bisher keinerlei, fast keinerlei, oder keinerlei richtig schlechte Erfahrungen mit den Beamten selber gemacht. Nicht alle waren so augenzwinkert, na, ihr könnt auch das so. Manche waren auch so ein bisschen, naja, wir müssen das jetzt halt machen, waren aber freundlich und manche waren wirklich so, ah, was ist hier los? Okay, ja, alles klar, wieder weg. Aber das ist halt sehr subjektiv dann. Ich würde es jetzt im Moment noch nicht als so typisch deutsch jetzt gerade bezeichnen, wobei man das natürlich kennt, das war auch lange Zeit so und auch in unseren schlimmsten Zeiten und will das auch eigentlich nicht glauben, dass die jungen Beamten und Beamtinnen, dass die schon wieder in diese Richtung gehen. Wenn du das so erzählst, wir wollen jetzt hier dem aber mal richtig eins reinwürgen. Natürlich gibt es auch diese Effekte. Das sind auch nur Menschen und die haben vielleicht auch manchmal einfach Lust. Das ist jetzt unser Job und dem können wir ja auch mal richtig nachgehen. Ermessensspielraum, ach Quatsch. Oder das ist jetzt unser Ermessen. Aber ich möchte eigentlich daran glauben, dass die Leute auch sagen, im Moment, wir dürfen nicht die gleichen Fehler machen wie in unserer Geschichte und lass mal ein bisschen da den... Das ist das, was mich so wundert, weil wir grausamerweise in Deutschland, in der Schule ab der fünften Klasse irgendwie diese Scham für die eigene Geschichte und die Scham, Deutscher zu sein und man darf nicht stolz auf das eigene Land sein, das schon gar nicht kommunizieren und geschweige denn, man außerhalb einer Fußball-Weltmeisterschaft irgendwie eine deutsche Flagge auch nur anschauen. Das kriegen wir ja so eingeimpft und wir werden ja so malträtiert mit dieser Vergangenheit, um diese völkische Gesamtschuld eingeimpft zu bekommen, dass ich mir denke, was merkt ihr denn gerade eigentlich nicht? Also da erzählt mir gestern eine Freundin, dass sie im Supermarkt vom Security, weil sie ein Attest vorgezeigt hat, dann einen gelben Aufkleber bekommen hat, damit für alle klar war, dass sie ein Attest hat. Also einfach ungefragt, der ihr diesen gelben Aufkleber auf die Jacke geklebt hat und ich mir denke, was habt ihr eigentlich alle nicht verstanden? Also da kann man ja nur froh sein, dass der gelbe Aufkleber nicht in Sternenform war. Ansonsten hätte er vielleicht am Ende noch gemerkt, was er macht. Vielleicht dann auch nicht, ich weiß es nicht, aber es ist so, für all das, wofür wir, wie hast du es eben so schön gesagt, rechtsesoterischen Schwurbler, Aluhutträger, Querdenker und Verschwörungstheoretiker ausgelacht und heftigst angegangen wurden. Es tritt ja alles ein. Also es ist ja bisher, bis auf den bösen Chip von Bill Gates ist ja fast alles eingetreten. Das ist so. Ich glaube, das passiert auch so schnell nicht, aber das soll nicht Thema von dem Gespräch hier sein. Aber es ist ja wirklich all das, wovor wirklich seriös gewarnt wurde, was die Folge dieses Handelns sein kann, passiert ja gerade. Und ich glaube, darum werden auch die, die Stimmen werden leiser, weil ein, ich habe es dir ja gleich gesagt, wäre, glaube ich, mittlerweile eine maßlose Untertreibung in Zeiten von Double und Triple Mask und all dem, was erzählt wird, was wichtig ist, um gesund zu bleiben. Ja, Clemens Arwey, der Biologe, der sich sehr stark mit Impfungen und jetzt eben vor allem mit der Corona-Impfung auseinandersetzt, der hat geschrieben, dass man, dass er vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr eben schon gesagt hat, diese Art der Impfung kann die und die Schäden hervorrufen, ist in dieser Hinsicht gefährlich. Und jetzt, als diese AstraZeneca-Geschichte war und auch eben jetzt sehr viele Fälle auftreten, wo Schädigungen, Erkrankungen oder sogar Tode mit den Impfungen in Zusammenhang gebracht werden, schreibt, ich glaube sogar die Süddeutsche Zeitung, der Impfstoff ist gefährlicher als gedacht. Und er schreibt dann, als gedacht von wem? Ich meine, ich habe das gedacht, ja, und ich habe es auch laut gesagt. Und viele haben das gesagt, ihr habt diese Leute einfach nicht nur nicht gehört, sondern ihr habt sie auch diffamiert. Und sich jetzt hinzustellen und gesagt, oh, das hat niemand kommen sehen, ist erstens heuchlerisch und zweitens wirklich perfide, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass all das, was gesagt wurde, jetzt übernommen wird, so klammheimlich, dass da werden sich Versatzstücke genommen. Na ja, man muss ja auch aufpassen, das und das. Und ah ja, gut, dass die Presse, dass die Presse wirklich ausgewogen ist, was vielleicht sogar noch auch gut sein könnte. Ja, man will natürlich vielleicht immer hinterher dastehen als, ja, ich habe es euch doch gesagt und endlich seht ihr es. Ich hatte recht und man kriegt dann ein Denkmal und wird auf den Sockel gehoben oder sowas. Aber das ist ja nur das Egoistische. Man kann ja dann sagen, okay, dann haben sie vielleicht diejenigen, die davor gewarnt haben, diffamiert, haben aber wenigstens die Argumente jetzt übernommen, ohne das zuzugeben oder ohne sich zu entschuldigen. Wäre ja vielleicht nett, aber okay, geschenkt. Dann übernimmt wenigstens die Argumente und gebt ihnen einen Raum und diskutiert das untereinander und wir sterben den Tod von einem Mann oder so. Ich glaube, das größte Problem dabei ist, dass das so nie passieren wird, weil die Medien es ja immer so drehen, dass ein so klare Fehler niemals eingestanden wird. Die Medien, ich traue mich nicht mal zu sagen, sind schon lange keine vierte Macht mehr im Staat. Ich glaube, sie waren es nie. Die Medien waren schon immer Spielball der Politik und haben die Meinungen der Menschen maßgeblich bestimmt. Und ich glaube auch immer, dass es der Fehler ist, irgendwie mit Demos dann vor Landtagen oder dem Bundestag oder was zu stehen. Du müsstest bei der Bild-Zeitung und bei der Frankfurter Allgemeine und bei der Welt und bei Springer und bei Funke Medien vor den Redaktionen stehen. Und da musst du demonstrieren. Ich glaube, da musst du ansetzen, dass da endlich mal diejenigen, die vernünftige Berichterstattung verhindern, rausfliegen. Weil es wird ja völlig unkritisch von allem berichtet. Da wird von Zero-Covid-Strategien und davon Deutschland in grüne und rote Zonen einzuteilen berichtet, ohne auch nur ein kritisches Wort. Da wird von Israel berichtet, wo ab Sonntag eine Zweiklassengesellschaft herrscht, wo dann alle Maßnahmen aufgehoben werden, außer für die, die nicht geimpft sind. Und wer keinen grünen Impfschein hat, für den gelten die Maßnahmen weiter. Das wird berichtet schon fast so, als ob es gut wäre. Also schon mehr als neutral und in keiner Weise irgendwie kritisch hinterfragt in den Medien. Und wenn dann Impfschäden werden sowieso runtergespielt oder Fakten gecheckt, das ist ja alles falsch. Und wenn dann mal irgendwas unausweichlich an die Öffentlichkeit gedrungen ist, dann wird es runtergespielt und dann hat natürlich die Tode und die Nebenwirkungen sind dann mit der Impfung, aber nicht von der Impfung. Also da wird dann auf das Alter und auf Vorerkrankungen verwiesen, während ja jeder, der mit Corona, also in Korrelation mit Corona gestorben ist, automatisch in Kausalität mit Corona gesetzt wird. Aber diese Kausalität bei der Impfung eine reine Korrelation natürlich ist in der Wahrnehmung. Und die breite Öffentlichkeit, die das liest oder hört, die nimmt das dann so an. Also das ist, ich glaube, und das schreiben mir auch ganz, ganz viele von meinen Followern immer wieder, so was wie, ich verfolge dich jetzt seit einem Dreivierteljahr und ich bin mir mittlerweile bei fast allem, was du da so teilst, sicher, dass das näher an der Wahrheit ist als das, was uns so in den Medien gesagt wird. Ich kann es aber nicht annehmen, weil es würde meine Lebensrealität zerstören, dass ich komplett in einer Lüge gelebt habe. Das kam von einer Krankenschwester. Dass das alles eine Lüge war, was uns erzählt wird. Und das ist, glaube ich, der größte Struggle der Menschen, dieses, und das ist psychologisch ja total nachvollziehbar und menschlich, dass dieses Unwohlsein dessen, dass die Realität, die uns Sicherheit gegeben hat, auf einmal nicht mehr real ist. Und dass die surreale Verschwörungstheorie näher an der eigentlichen Realität ist, als das, was wir für real gehalten haben. Das ist ja fast schon wie bei Matrix, hier rote und blaue Pille. Und dass das Menschen Angst macht und sie dann lieber die blaue Pille nehmen und sagen, ach, ich will das einfach gar nicht alles wissen. Und es wird schon richtig sein, was die Politik anscheint. Die will uns ja nichts Schlechtes. Die will uns ja nichts Schlechtes, wenn die durchwinkt, dass Monsanto und Bayer mit Glyphosat unser Gemüse vergiften, obwohl das nachweislich krebserregend ist. Die will uns nichts Böses. Die haben nicht mitbekommen, dass Zuckerersatzstoffe wie verschiedenste Süßungsmittel hochgradiger krebserregend sind als der Zucker. Die haben auch nicht mitbekommen, dass Zucker Ursache Nummer eins für Krebs ist und haben einfach vergessen, Höchstwerte für raffinierten Zucker in Lebensmitteln zu definieren. Stattdessen kümmern sie sich um Nahrungsergänzungsmittel, die Menschen nachweislich gesünder machen und haben halt gedacht, dass die krank machen. Und dann versuchen sie das zu limitieren und diskreditieren den Berufsstand des Heilpraktikers, vermutlich, weil das alles rechtsesoterische Schwurbler sind. Und natürlich ist es nur für die Gesundheit unserer Schüler, dass sie eine Maske tragen müssen, zwar den ganzen Tag, auch wenn sie am Schulkiosk anstehen, um sich eine Cola und ein Snickers zu kaufen. Das ist alles für unsere Gesundheit und das macht niemand mit böser Absicht oder weil da mächtige Lobbys dahinterstehen, die dann irgendwelche Goodies sponsern oder vielleicht Koffer mit Geld hin und her schieben oder Jens Spahn dabei helfen, teurere Wohnungen oder Häuser zu kaufen. Das ist natürlich alles Verschwörungstheorie. Ironie off, ich sage es nochmal wieder. Ja gut, wenn du es dazu sagst. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob es nicht weniger schlimm wäre, wenn sie es böse mit uns meinten, als wenn sie es wirklich einfach nur unser Bestes wollen. Ich hätte das eigentlich auch ungerne in die Hände von der Art inkompetenten Menschen gelegt, dass sie unser Bestes wollen. So inkompetent kann ja niemand sein. Das geht ja gar nicht. Ja, sollte man denken. Aber vielleicht bringt das einfach auch eben dieses System oder die Dimension mit sich in der Größe von solchen Massengesellschaften und Massendemokratien, dass dann bestimmte einzelne Maßnahmen nicht mehr auf ihre Folgen hinterfragt werden können. Aber trotzdem, genau das, was du sagst, wie kann man so blind sein und jetzt zum Beispiel auch Kindern FFP2-Masken zumindest erst mal anempfehlen. Natürlich wird es in ein paar Wochen sein, dass sie verpflichtend sein werden. Es werden jetzt eben schon FFP2-Masken an den Schulen verteilt und man wird schief angeguckt, wenn man die nicht trägt. Wie kann man so blind sein, dass das, was den Kindern so schon Probleme bereitet hat, das jetzt wirklich fast doppelt so schwer ist, da durchzuatmen, dass das nicht noch mehr Probleme eben den Kindern mit einem kleineren Lungenvolumen bereiten wird. Da ist eben meines Erachtens auch nicht mehr das gerechtfertigt, zu sagen, sie wussten ja noch nicht, was sie tun. Das kann jeder wissen. Dafür gibt es ja auch arbeitsrechtliche Schutzmaßnahmen, die da gelten, die Tragezeiten begrenzen, die ärztliche Untersuchung die Untersuchung voraussetzen, um so ein Ding überhaupt aufzusetzen. Du bekommst eine Strafe, wenn du das länger als Parkettleger zum Beispiel, wenn du das Ding länger als 30 Minuten trägst. Aber Kinder müssen. Aber auch da, dass das Problem sind ja die Eltern, die sich nicht zusammentun und dagegen vorgehen. Also ich bin froh, dass mein Sohn erst anderthalb ist und nicht schulpflichtig sonst, ja, also auf der anderen Seite ist es schade, weil dann wäre mal jemand da, der dem Schulleiter die Tür eintritt und ihn fragt, ob er eigentlich noch alle Latten am Zaun hat und mal den Standpunkt klar macht. Und ich glaube, das fehlt. Also dass sich da mal zehn Väter hinstellen und sagen, mein Freund, wir führen jetzt mal ein ernsthaftes Gespräch. Und dann läuft das auch jetzt so, wie wir das möchten für unsere Kinder. und wenn du meinst, da irgendwas anderes umzusetzen, dann haftest du dafür persönlich als Beamter. Das ist ganz, ganz klar. Das kann man übrigens auch jedem Polizisten und Ordnungsbeamten sagen. Die haften vollumfänglich mit Durchgriff in ihr gesamtes Privatvermögen. Und wenn sie vorsätzlich handeln, obwohl man sie darüber aufgeklärt hat, dass das Käse ist, was sie gerade tun, dann zahlt auch keine Beamtenhaftpflichtversicherung für eventuelle Schäden. Und das wissen die meisten ja nicht. Weil die wissen nicht mal, dass sie sowas wie remonstrieren nicht nur können, sondern sogar müssen, wenn sie anderer Meinung sind. Du hast ja auch schon darüber gesprochen, dass du als Lehrer remonstriert hast. Die wissen nicht mal, was das ist und dass es das gibt in den meisten Fällen. Wo siehst du da die Herausforderung? Also was läuft da schief bei den Lehrern? Das frage ich mich auch auf der einen Seite, wenn man das jetzt ein Jahr lang mitgemacht hat, wenn man ein Jahr lang Kinder angeschrien oder gegängelt oder getriezt hat, Abstand, Abstand, Maske auf, du darfst nicht essen und so weiter. Das ist vielleicht dem Lehrer, ich darf mir diese Pauschalität vielleicht erlauben, eh schon ein bisschen im Blut und jetzt haben es einige eben nochmal auf größere Bereiche. Können sie das beziehen? Wenn man das jetzt auch gemacht hat, dann kommt man nicht mehr dazu, das zu hinterfragen, die Sinnhaftigkeit und dann kommt halt noch eine Maske, dann kommt, wie jetzt in South Carolina, das ist ja Gott sei Dank weit, weit weg, aber da hat ein Lehrer die neuen, die Architektur, Innenarchitektur der Schulklassen gefilmt und es ist wirklich wie Legebatterien. Ich habe es gesehen. Es ist einfach Plexiglas, also es ist so unglaublich und das, vorher war das in Thailand, das war letzten Sommer, dann gab es da diese Sachen, wo sie wirklich in Plexiglas-Boxen saßen, alle wirklich unwürdig gehalten und alle natürlich, ja, aber Hauptsache, sie stecken keinen an und sie können ja trotzdem jetzt in die Schule gehen und die anderen auch sehen und an ihrem Recht auf Bildung dem eben nachkommen und dann, jetzt ist es halt South Carolina, ja, das gehört schon zum zivilisierten Westen, vielleicht einige Amerikaner würden das ablehnen, dieses Urteil, aber ja, also die haben ja da auch ihre eigenen Vorurteile gegen die Südstaaten, aber sei es drum, das kommt ja deutlich näher. Ich muss jetzt allerdings auch nochmal die Schulleiter insgesamt, ich will sie nicht in Schutz nehmen, aber ich würde sagen, es ist vielleicht für die Eltern auch nicht die erste Ansprechadresse, natürlich ist das immer sichtbar und die Schulleiter versuchen manchmal auch ihr Bestes aus dieser Situation zu machen, es gibt da auch solche und solche, ihnen sind da auch, ich will nicht sagen, die Hände gebunden, keiner kann sich davon, dahinter verbergen, ja, niemand hat das Recht zu gehorchen und vor allem kann hier niemand hinterher den Eichmann machen, aber es gibt einige Schulleiter, die das sehr, die versuchen, diesen Zwischenweg zu gehen und da ist leider auch sehr viel an Möglichkeiten oder Kritik sehr schnell erstickt worden, indem man ein Exempel statuiert hat in diesem Schulleiter in Brandenburg, was für mich auch keine Entschuldigung ist für Schulleiter, eben da nicht immer wieder weiter auch mit Fingerspitzengefühl vorzugehen oder dann auch tatsächlich Dinge eben nicht zu machen, die ganz klar gegen die Menschen würde gehen. Da kann man nicht sagen, ja, den haben sie ja entlassen oder strafversetzt oder so, wie soll ich da jetzt noch handeln? Und ich denke auch, dass die Eltern selber nicht, die meisten wollen nicht, die meisten nach meiner Wahrnehmung sagen einfach, gut, dass die Kinder wieder dann in die Schule gehen dürfen, ja, das ist ihnen sehr wichtig und das ist mir auch sehr wichtig, das finde ich eigentlich gut, und wenn das bedeutet, dass sie Gasmasken tragen müssen und Plexiglas um sich drum haben, ist mir das recht, Hauptsache sie stecken sich nicht gegenseitig an und sie bringen das nicht weiter. Die Eltern sind da genauso verängstigt wie alle anderen auch, deswegen wird das nicht so kommen, dass, denke ich, dass dann eben zehn Väter da einmal vor dem Schulleiter stehen. Ich hielt es aber auch tatsächlich für besser, eben an die Politik und an die und die zuständigen Behörden da den Protest zu richten. Das ist ja, glaube ich, das Grundproblem, dass ja allen Menschen, vor allem Kindern, jetzt eingeredet wird, sie sauen pauschal eine Gefahr. Du bist eine Gefahr und du bist ansteckend, bis das Gegenteil bewiesen ist und in Österreich müssen sich Kinder jeden Morgen selber ein Stäbchen in die Nase stecken und sich testen in der Schule mittlerweile. Das ist ja pervers. Also diese, jeder ist erst mal schuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Jeder ist erst mal ansteckend, bis das Gegenteil bewiesen ist und gesunde Menschen werden einfach mal per se zu krank deklariert, solange bis nicht ein negativer Test vorliegt, der sagt, du bist nicht krank. Du bist nicht ein Gefährder für diese Gesellschaft oder ein potenzieller Oma-Mörder. Und was das mit der Psyche unserer Kinder macht, die Sache, weil der einzige Job, der sicher ist in den nächsten 20 Jahren, ist Kinder- und Jugendtherapeut oder Kinder- und Jugendcoach. Also wenn sich jemand eine sichere Zukunft aufbaut, würde empfehle ich, sich dahin gehen, ausbilden zu lassen, weil ihr habt genug zu tun in den nächsten Jahren. Falls die Eltern dann noch genug Geld haben, um sich überhaupt so etwas zu leisten. Selbstverständlich wird das Grundeinkommen dafür ausreichen. Sehr schön, haben wir auch so eine gewisse Umverteilung. Ja, dem würde ich auch nur zustimmen, diese Angstmache auch für die Kinder selber, dass sie jeden auch eben so wahrnehmen müssen. Weil sie das fast ungefiltert bekommen. Jemand, der die Maske nicht hat, oh Gott, das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Und jemand, der eben das, also dem sie zu nahe kommen oder wenn man eben jetzt spielen will. Aber manchmal erzählen die Kinder dann auch ein bisschen voller so heimlichem Stolz. ich war jetzt am Wochenende, war hier die Eisfläche, es war vereist, die Wasserfläche und wir waren Schlittschuhlaufen und es war schön. Also es ist noch nicht diese ungebändigte, einfach ohne jegliche, jegliche schlechte Gewissen, ausbrechende Freude. Aber es ist immer noch was da. Das war ein schönes Erlebnis, als wir Schlittschuhlaufen waren. Ja, darauf muss man vielleicht hoffen. Ja, also ich hoffe auf mehr Menschen, die den Mund aufmachen und die Verantwortung übernehmen für sich selbst, das sei erstes Mal und für ihre eigene Zukunft und für ihre Grundrechte und sich nicht blind in die Hände der Politik begeben und die Verantwortung übernehmen für ihre Kinder und für ihre Eltern und Großeltern, die das nicht selber können. Und ich glaube, wenn, um die Frage vielleicht abschließend zu beantworten, was kann ich tun? Eigenverantwortung übernehmen und das selber vorleben und den Unsinn einfach nicht mehr mitmachen. Und damit bist du Vorbild und damit kannst du andere anstecken. Und dieses Virus, das Virus der Eigenverantwortung sollte viel schneller um sich greifen und wenn wir dem mal einen R-Faktor von zwei, drei oder vier verpassen, dann können wir da Inzidenzen erzielen, da träumt die Kanzlerin von. Daran arbeiten wir, an einem höheren R-Wert und Inzidenzwert, was das Virus der Eigenverantwortung angeht. Kerem, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir, mein Lieber. Das war es für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Links auch zu Kerem's YouTube-Kanal und Instagram und alle möglichen Telegram auch natürlich findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.